In diesem Video schauen wir uns an, wie Sie ein Verkaufsangebot erstellen. Sie sind also auf der Suche nach einem passenden Nachfolger. Schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an, wie Sie auf dub.de ein Inserat erstellen. Dafür gehen wir auf www.dub.de, auf den Reiter Unternehmensbörse, dann natürlich auf den Reiter Unternehmen Verkaufen. Dort wählen wir dann den unteren Reiter Angebot inserieren aus und gelangen auch schon zur Seite mit den entsprechenden Paketen. Jedes Paket hat unterschiedliche Leistungsaspekte. Für unser Beispiel nehmen wir jetzt das Silberpaket. Haben wir uns für ein Paket entschieden, gelangen wir zu dem Bildschirm der Benutzeranmeldung. Sollten Sie noch nicht registriert sein, dann machen Sie das bitte hier über diesen Reiter. Und dann gelangen Sie auch schon zur Eingabemaske. Hier geben Sie alle Informationen ein, die Sie zu Ihrem Unternehmen preisgeben möchten. Felder, die mit einem kleinen Sternchen gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Diese müssen vor der Veröffentlichung ausgefüllt werden. Zu jedem Feld finden Sie noch diesen kleinen Kasten hier, markiert mit einem kleinen I. Für Informationen gehen Sie mit der Maus darüber und lassen Sie sich Informationen zu den jeweiligen Feldern anzeigen. Wenn Sie alle Daten zu Ihrem Unternehmen eingegeben haben, klicken Sie hier auf Weiter zur Vorschau. Hier können Sie sehen, wie das Inserat für den Interessenten dargestellt wird und welche Informationen für ihn sichtbar sind. Möchten Sie manche Informationen noch bearbeiten, klicken Sie hier auf den Button Bearbeiten. Möchten Sie das Inserat vielleicht vorerst doch nicht veröffentlichen und auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, klicken Sie auf Später veröffentlichen. Sollten Sie mit der kompletten Eingabe unzufrieden sein, können Sie das Ganze auch löschen. Sollten Sie, wie in unserem Fall, mit Ihren Angaben zufrieden sein, klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie nun die Rechnungsanschrift und die für Sie passende Zahlungsmethode aus. Geschafft! Ihr Inserat wird nun geprüft und anschließend online gestellt. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und zahlreiche Kontakte. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Video bei der Inserat-Zerstellung weiterhelfen konnten. Sollten Sie dennoch Fragen haben, können Sie sich natürlich gerne an uns wenden. Unter info.dub.de beantworten wir gerne Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen wünscht Ihnen das DUP-Team. Bis zum nächsten Mal.